Ok. Inklusiv, informativ, interaktiv. Slangradio. Wir sind vier. Vier Jahre gibt es viel Musik, spannende Informationen und gute Unterhaltung auf www.slangradio.de, dem Radio für ein barrierefreies Leben. Wir gratulieren. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Hoch sollst du leben, hoch sollst du leben, viermal hoch, 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 hoch. Alles Gute wünscht der Kalamazwein. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünschen wir. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute wünschen wir. Alles Gute zum Geburtstag. Dann wünschen wir heute auf dein Glück, herzlichen Glück und dein schön gesund. Sonst wird es teuer und dann geht's rück. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you! 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 Vier Jahre Slangradio, das muss uns erstmal danach machen. Aber wir machen natürlich weiter. Angefangen hat es am 5. Februar 2010. Gegründet wurde der Sender von Sascha Lang. Und vier Jahre und drei Tage später wird gefeiert. Am Samstagabend, dem 8. Februar, feiert Slangradio Geburtstag. Und du kannst mitfeiern! Mitfeiern! Abmaß die Räume! Ich wollte nicht mich wusste, aber nein! Von wegen! Jetzt erst recht wird gefeiert! Hey! Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht! Die ganze Nacht! Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht! Die ganze Nacht! Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht! Die ganze Nacht! Die ganze Nacht! Die ganze Nacht! Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht! Wie war der Noche! Wie war das Gester! Slangradio! Slangradio! Heute Abend! Heute Abend! Heute Abend! Heute Abend! Wollen wir feiern! Wollen wir feiern! Heute Abend! Heute Abend! Steig die Party! Steig die Party! Slag Radio feiert also am 8. Februar 2014. Vier Jahre gibt es in unserem Sender gemacht, nicht nur, aber auch von Behinderten, konkret – hauptsächlich von Blinden und Sehbehinderten – für alle. Und am Samstagabend ist unser Tag und ist euer Tag. Vom Studio Marburg aus wird gesendet. Auf www.slangradio.de könnt ihr natürlich kräftig mitfeiern. Und darauf freuen wir uns natürlich schon. Zu seinem Geburtstag fehlt natürlich noch ein Geschenk. Und das gibt es jetzt. Jochen Krupp präsentiert euch den Mainzer Nahallermarsch. Immerhin sind wir ja mitten im Karnevalstreiben. Die Kostüme werden anprobiert und ausprobiert, die Carmelle werden verteilt, die Luftschlangen und Konfetti fliegt durch die Gegend, da fehlt nur noch die passende Musik. Und dieser Mainzer Nahallermarsch kommt jetzt, aber nicht so wie man ihn meistens kennt, mit einer Blaskapelle oder so, nein, sondern so wie man es vom Jochenkopf kennt, von einer über 100 Jahre alten Scheibenspieluhr, Marke Polyphon übrigens, mit 39,8 cm Scheibendurchmesser. Genug der Statistik und dann fangen wir jetzt mal an. Also, das ist eine Musikbox. Und das ist eine Scheibe. Könnte ich die noch mal sehen? Wieso, denn da hörst du doch gerade. Und außerdem steckt sie ja noch nicht drin in der Musikbox. Nee. Nee. Das muss aber unter uns bleiben. Also, jetzt mal ganz langsam. Wir machen das mal so, wie man das so macht. Also, Hebel hoch und dann Scheibe rein. Jawohl, so ist der prima. Und dann Hebel runter und dann fangen wir gleich mal ein. Und das könnte übrigens jetzt gleich ein wunderbares Pausenzeichen für das Swangradio im Karneval sein und deswegen gibt es davon gleich mehrere Durchgänge und dazwischen eine karnevalistische Stationsansage. Aber vorher die altbekannte Frage. Wollen wir reisen? Ja! Nach Hebelmarsch! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020